Ein Kind wurde geboren. Warum wir nicht mit dem Knecht hier handeln können, den Booten. Aber ich denke doch, dass die hier wahrscheinlich einfach auftauchen und wir jetzt hier mit den handeln können. Hier steht ein handelstreibender Krämer und, ups, was ist das hier? Auch ein handelstreibender Krämer. Man sieht leider jetzt nicht, wer von welchen... Also einer von den beiden dürfte das sein, weil hier speziell am Hafen kann ich nicht handeln. Auch wenn ich jetzt das Ding aufgewertet habe. Also denke ich... Ne, guck mal, hier sind zwei Zelte. Also werden das hier wohl die beiden sein. Aber ich weiß nicht, wie ich mit dem handeln kann hier vorne. Fischen, entfernen. Nein. Achso, nee, dann geht er auf Zoom auf die Knechte da. Man kann hier nirgendwo was weiteres klicken. Auf das Boot kann ich auch nicht klicken. Tja, keine Ahnung. Trotzdem werde ich mal schauen, dass wir wieder ein bisschen Nahrung kaufen. Hier erstmal schön das Fleisch. Und dann haben wir noch zehn. Mal gucken, was der hat. Eine andere noch dabei. Brot vielleicht noch so ein bisschen. Naja, fünf Brot noch. Ja, damit müssen wir leider erstmal Vorlieb nehmen, dass wir uns die Nahrung über dem Händler besorgen. Weil hier ist mir noch nichts passiert. 53 Prozent. Und das Spiel hat mir gesagt, wir sind inzwischen im Winter. Ach, der Frühling kommt in zwei Tagen schon. Okay. Aber da stand auch, dass jetzt die Feldfrucht eingeht. Aber bis jetzt sehe ich dabei nichts, dass das passiert. Sieht noch gut aus. Sieht noch grün aus. 12 Prozent, 58. Und hier war unser kleiner Stall. Da gucken wir nochmal rein. Das sind Schweine. Kann ich dir nicht sagen, dass ich nur das eine Ding haben will mit Schweinen? Oder füllen die jetzt alle voll hier? Naja, Saaten. Warten wir einfach mal ab. Oder ist was gekommen? Warten wir mal ab, was kommt mit den Schweinen. Jetzt wird hier geerntet. Na wunderbar, es funktioniert doch. Da kommt der Gemüse. Äh, der Gemüse? Da kommt das Gemüse. Wunderbar. Obwohl jetzt Winter ist. Und jetzt geht es wahrscheinlich alles in den Arsch, wa? Dann dürften wir ja jetzt richtig hochschießen hier mit der Nahrung, wa? Fleisch, Gemüse. Ich hätte bald gesagt, dass wir denn jetzt mal anfangen, was ich ja noch bauen wollte. Ähm, dieses Gasthaus hieß, glaube ich? Ja, genau, das Gasthaus. Das wollen wir jetzt bauen. Achso. Wir haben hier kein Grundwasser und es regnet. Dann denke ich wohl eher, dass wir doch schon Grundwasser haben. Oder weil der... Achso, weil die Brunnen leer sind, oder was? Ja, die Brunnen sind leer. Aber wir wohnen doch hier direkt am Ufer, ey. Erzählt mir nicht, dass ich jetzt kein Wasser hab. Deine Brunnen bleiben in dieser Jahreszeit trocken. Achso, weil es gefroren ist, ja? Ja, gut, das kann man verstehen. Dann solltest du gefälligst auch sagen. Jetzt, ähm... Wie viel brauchen wir jetzt? Zehn? Gast... Fürs... Ja, zehn fürs Gasthaus. Da warten wir nochmal ab, bis wir die zehn haben. Ein Händler besucht dein Dorf. Können wir einfach mal gucken, ob jemand vielleicht hier ein bisschen Eisen dabei hat. Oh, er hat Eisen. Einfach mal her damit, dann sparen wir uns die Zeit. So, Gasthaus. Kommt an den Markt. Stellen wir direkt hier vorne her. Und das dauert wahrscheinlich jetzt wieder Jahrhunderte. Ich denke, dass wir... Oh Gott, nee, doch nicht. Boah, guckt mal. Was denn läuft jetzt auf einmal los? Haben wir so viele Arbeiter über? Oh, wir haben neun Arbeiter über. Ach du Scheiße. Und wie schnell die das aufbauen jetzt, ey? Okay, da können wir gleich mal gucken, dass wir hier ein paar mehr Leute reinschmeißen. Ein Kind wurde geboren. Dann da, hier gucken wir nochmal, noch ein Mitarbeiter. Da sollten zwei reichen. Haben wir hier noch einen drin. Schmied, das ist nur die kleine Pia. Der Apotheker soll wieder arbeiten. Der Priester ist noch da. Ja, Soldaten brauchen wir nur bei Bedarf. Einen zweiten Lagerarbeiter, weiß nicht, brauchen wir das? Egal, einfach rein damit. Und hier hatten wir, glaube ich, auch schon einen Lagerarbeiter drin, ja. Zwei Fischer. Hier können sogar mehr arbeiten. Und hier können sogar vier Fischer drin, ne? Na, wenn das mal nicht genug Nahrung bringt. Und hier können nur zwei, ne? Ja. Und wie waren wir jetzt noch über? Zwei Arbeiter. Oh, ich denke, das könnte jetzt mal ein bisschen vorangehen. Fehlen aber eindeutig noch gefühlte 20 Häuser, die wir jetzt bauen müssten. Ich glaube, jetzt waren wir mal zwei Pro-Familien oder zwei Familien. Zwei, vier. Ist das auch große hier? Ne, das sind kleine, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben Platz für sieben Leute. Das ist schön, wir haben 36. Äh, 35. Na gut, die Kinder haben nicht mitgezählt. Wow, wir haben echt noch nie so schnell ein Haus fertig gehabt. Und jetzt? Ach, muss ich dann bezahlen, ja? Ah, okay. Aber ich habe doch nicht so viel Gold. Oh, dann war das jetzt erst mal nicht so wichtig zu bauen. Dann werden wir jetzt... Ich werde auch, glaube ich, erst mal keine weiteren Häuser bauen, weil ich erst mal ein bisschen Nahrung aufstocken will. Sonst geht das nämlich ruckzuck in die Dutten. Ähm, das haben wir jetzt bei Benisch leider gemerkt. Da geht es leider echt nicht bergab. Was können wir denn noch Gutes tun hier? Was haben wir noch nicht? Die Apotheke haben wir. Das Bad können wir noch bauen. Und die Taverne. Da brauchen wir 50 Holz für. Was ist mit dem Stein hier eigentlich? Da sind schon zwei eingestellt. Da müssen wir jetzt, äh... Wir haben noch was. Warum dauert das? Ach so, ja, Holz, klar. Wir haben 70 Steine, ey. Wir brauchen vielleicht doch wenigstens ein Haus noch. Ach, das kostet auch nur 30. Na, komm, wir bauen erst mal ein Haus. Äh, nein, wo ist denn? Da. Wir haben viel zu wenig Häuser. Ich hätte die gerne viel näher aneinander gestellt. Das sieht so gleich dämlich aus, dass die so ein wenig auseinanderstehen alle. Ich komme gerade mit der Steuerung wieder nicht klar hier. So, dreh dich, du Sau. Da. So, mal gucken, wie schnell sie jetzt das wieder da hinbringen. Aber, wir haben nur noch zwei Arbeiter über, also. Das dürfte jetzt wahrscheinlich um einiges länger dauern wieder. Hier haben wir noch nicht alles reingebracht. So, das ist ein komischer Sound gerade. Ach, die waren in der Kirche alle, oder was? Das hat sich voll geistermäßig angehört gerade. Da haben wir das erste Stück Holz hingebracht. Ja, das war schöner, wo es so viel Arbeit da über waren, ey. Da ging das so ruckzuck. Habt ihr ja gesehen. Bam, bam, bam. Das ist ja Bescheid. Ja, dann müssen wir doch jetzt wieder warten, bis es wieder fertig wird. Und wir müssen warten, dass wir jetzt die Holzscheite, Holzsachen für die Taverne haben. Ich steige Zufriedenheit. Und wir können dann eine Unterkunft. Dann bleiben sie länger, oder was? Ja, im Grunde haben wir dann alles gebaut. Taverne können wir noch bad. Wir werden das wahrscheinlich gar nicht alles bauen, aber es ist halt nicht weiter interessant, wie ich finde. Ich finde, wir haben dann Villagers durch. Mehr kann man noch nicht machen. So umfangreich wie Banished ist es bei weitem nicht. Und dann auch mit Banished mit Mods. Das ist ja nochmal so ein Ding. Sieht man ja bei meinem Let's Play, dass jetzt im hunderten Jahr angekommen ist. Und wir immer noch nicht alles gebaut haben. Gut, das mag vielleicht nicht ganz für mich besprechen, dass ich vielleicht ein bisschen retard, ein bisschen langsam bin. Aber nein, das liegt am Spiel. So, jetzt habe ich jetzt echt künstlerisch die Zeit überbrückt, bis hier das Gasthaus fertig ist, ey, das Wohnhaus. Aber ich denke, wir machen heute auch nur eine kleine 15-Minuten-Episode, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen in Verzug heute. Wir haben heute Samstag und morgen kommt die Episode raus, aber ich bin heute sonst den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe nur jetzt ein paar Stunden Zeit für euch. Deswegen machen wir jetzt zusammen eine Villager-Runde, dann eine Rimworld-Runde und eine Banished-Runde. Und mal gucken, ob ich irgendwann vielleicht auch wieder mit Prison Architect anfange. Aber irgendwie, ich spiele halt gerade immer das, worauf ich Bock habe. Und bei Prison Architect ist das halt gerade nicht so der Fall. Aber das wird wieder kommen. Habe ich echt glorreich überbrückt jetzt. Zwei Eisen noch, los. Und dann haben wir da ein Häuslein fertig. Und zack, sind schon direkt wieder ein paar Leute drin. Aber wir sind immer noch genug Leute, die keine Butze haben. Ja, hier zum Beispiel. Schläft draußen. Der gute Reinhardt. Unglücklich wegen kein Zuhause. Hier, guckt euch die ganze Band an. Ja, das sind echt eine Menge Leute, die obdachlos sind. So, wir brauchen jetzt 50. Hm. Ich glaube, wir machen einen ganz kleinen Schnitt rein heute noch. Nur damit wir jetzt die 50 voll bekommen. Also, sehen wir uns gleich wieder. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit sind es denn endlich 50. Und ich glaube, es lag an der Hälfte daran, dass dieses Lager hier die ganze Zeit immer voll war. Oder immer über 30. Und da kein Mensch irgendwie was abgeholt hat. Und dann hat das Segelwerk nicht mehr funktioniert. Ich habe extra hier noch einen Arbeiter, also hier einen Lagerarbeiter reingeschmissen. Ne, warte mal, das war hier. Aber es hat nicht viel gebracht. Gut, egal. Wir bauen jetzt noch die Taverne. Ein Kind wurde geboren. Und die bauen wir am besten in die Kirche. Die bauen wir auch hier so auf, äh, beim Gasthaus hier so, glaube ich. Ja, ich denke, ich hätte sie echt direkt daneben gern. Aber das lässt mich das Spiel nicht machen. Das sieht doch viel mehr nach Siedlung aus, wenn das alles ein bisschen aneinander steht. Und nicht alles so weit auseinander, so wie hier unten unsere komische kleine Siedlung. Wenn wir dich so da hinstellen. Hm, dann stellen wir dich hier so hin, als ob das hier eingeschlossen wird. So. Dann baut mal schnell die sieben Arbeiter über. Das dürfte doch auch wieder schnell gehen, oder? Ein Händler besucht dein Dorf. Ein Händler besucht dein Dorf. Ein Händler besucht dein Dorf. Und jetzt sind wir erstmal alle am Fressen. Genau, jetzt bringen wir das ganze Holz da hin. Die 41 noch. Oh, guckt mal, habt ihr das gesehen? Da war ein Storch und hat ein Baby gewahr. Ja, genau so passiert das. Na gut, ich habe ja auch nur hier unseren kleinen Apotheker hier oben. Ich weiß nicht, ob der was dann machen kann, wenn da was schief läuft. Oder Kaiserschnitt oder so ein Blödsinn. Aber gut, dann haben wir jetzt gleich die Taverne noch. Und da gucken wir mal, ob wir die noch ein wenig glücklicher machen können damit. Stark hat zumindest die Zufriedenheit. Aber er braucht, ich weiß nicht, ob der irgendwie Ressourcen oder so ein Blödsinn braucht. Also irgendwie was an Weizen. Oh, mein Dorf wird angegriffen. Wartet mal. Machen wir hier gleich mal Soldaten-Action. Fünf Soldaten, los. Wo sind sie? Da oben. Die klauen mir jetzt wieder das Zeug, ne? Wo sind meine Soldaten? Oh, die haben echt schon was. Die haben Steine geklaut oder was? Ach, da ist schon ein Soldat hier. Aber das ist ja auch im Fall witzlos. Die wehren sich überhaupt nicht. Da haben wir schon den ersten erschlagen. Man hört auch Säbel gerastet. Da haben wir den zweiten erschlagen. Den dritten. Zap. Alle tot. GG. Echt, die Mörder-Elite-Gruppe habe ich hier. Aus dem einfachen Grund, weil sich die Angreifer nie wirklich wehren. Aber jetzt machen wir das Ding wieder auf eins, weil mehr brauchen wir nicht. Dann habe ich das lieber, dass wir vernünftige Arbeiter haben. Ja, die jetzt hier gerade auch unsere Taverne fertig haben. Ne, da fehlen noch zwei Steine. Da ist es fertig. Und jetzt haben wir hier noch einen kleinen Schankwirt. Franziska. Die weißen Mörder als allererste über allen Scheiß Bescheid. Oh, guck mal. Die brauchen Weizen. Guckt an. Na, meine ich doch. Da war doch bestimmt was. Ja, weiß nicht. Können wir hier noch ein Weizenfeld dranhängen? Oder sind die dann komplett überfordert? Ich versuche das einfach mal. Ich versuche mal, das auch so ranzubauen, wie wir das schon mal gemacht haben. Also, wie ich das hier schon gemacht habe. Ähm, das sollte nur ungefähr... Also, ich hätte es wirklich gern genau so... Na, lass mich doch... Wann kann ich denn hier nichts machen? Geht das wieder los hier? Ach, so geht's. Nein. Das ist ein bisschen klein, nicht? Ich hätte es ganz genau so gerne in der gleichen Größe wie die anderen Fäder. Aber das lässt mich einfach nicht... Nicht machen, das Spiel. Ja, ich weiß, dass das schon ein Feld ist. Na. Das ist dolle, dolle verbesserungswürdig, dieser Blödsinn hier. Ihr seht, das ist hier ein einziges Rumgetrickse. Wom geht denn das nicht? Vielleicht von woanders ziehen? Vielleicht von hier? Ach, guckt an. Da geht's aber auch nur bis da. Ist doch viel zu klein. Wer macht denn so ein kleines Feld? Oder ist das hier irgendwie uneben? Kann ich hier nicht so drauf bauen. Ich kann es auch nach hier unten setzen. Oder nach hier oben vielleicht. Mal so ein bisschen... Unabhängig von den Feldern da. Obwohl das hier natürlich total bescheuert aussieht. Ich hätte es gerne ange... Man kann es auch nicht drehen. Man ist fest ausgelegt auf dieses Raster. Oder auf irgendein Raster, was hier drunter liegt. Na gut, wir gucken mal, was hier... Ein Kind wurde geboren. Ja. So. Nein. Vielleicht ist das fünfte Feld doch zu viel. Lass mich doch das da hinsetzen, Mensch. Nur auf Grasland platzierbar. Ja, das ist doch schön, aber... Ich denke, das ist hier Grasland, aber es funktioniert nicht. Ach, so geht's. So ein längliches Feld könnte ich machen. Kann ich vielleicht so ein längliches Feld machen? Ne, auch nicht. Spiel, was willst du von mir? Dann setze ich hier hinten jetzt so ein langes Ding hin. Aber bitte... In der gleichen Länge wie... So. Sieht total bescheuert aus. Egal, wir machen es jetzt. Getreide, so. Sonst sind wir ja ewig dran und machen wieder... Und die kriegen das scheiß Ding nicht da ran. So, dann bauen wir das Ding noch. Oder? Machen die das vielleicht noch? Wo sind denn meine Kolleginnen und Kollegen? Bauern? Tölpel. Ah, die waren gerade hier beschäftigt. Ach, die sind jetzt beim Ernten noch, ja? Na gut, ich glaube, das kriegen wir eh nicht mehr fertig in dieser Episode. Ich wollte ja nur noch etwas kürzer machen heute. Da wir eigentlich schon durch sind mit Villagers, das letzte Rest, was wir jetzt noch bauen können, das ist das Bad. Das erhöht aber auch nur noch unsere Zufriedenheit. Und ansonsten haben wir alles stehen, was hier gebastelt werden kann. Wir sehen uns wieder bei den Villagers, wenn sich noch ein bisschen was getan hat, wenn vielleicht der eine oder andere Patch kommt. Oder wenn das Spiel mobbbar ist und man dann eine richtige Auswahl von der Community bekommt. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten bei Banished und bei Rollercoaster Tycoon, bei Parkitect und bei Rimworld. So, haut rein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020